hallo hier ist alexander gottwald im inzwischen recht frühlingshaften uruguay hier am strand in costa azul ich möchte euch heute mal ein bisschen was persönliches erzählen was privates es gibt ja manchmal so dinge von denen man denkt zumindest geht es mir so der zug ist abgefahren das passiert nicht mehr das ist vorbei das wird es nie mehr geben und für mich war so eine sache das thema kinder ich habe ja eine tochter die jetzt elf ist mit der ich sehr glücklich bin auf die ich sehr stolz bin und ich dachte irgendwie für mich ist das thema kinder gegessen ja und dieses jahr ist etwas passiert was diesen plan geändert hat hier bei mir seht ihr das ergebnis meinen kleinen sohn der vor wenigen tagen geboren worden ist und hier mal ein paar sonnenstrahlen mit mir tankt und seine mama uns hier filmt ja und ich bin so happy über dieses geschenk über den kleinen django dass ich das gerne mit euch auch feiern möchte und ich weiß dass mich viele angesprochen hatten dass es ja am anfang für die reiki freundschaft mal eine andere aufnahmegebühr gegeben hat meine spontane idee war einfach euch für ein paar tage die gelegenheit zu geben die reiki freundschaft noch mal zu der aufnahmegebühr zu bekommen die sie ganz am anfang hatte also praktisch als die reiki freundschaft geboren wurde gab es diese aufnahmegebühr von 297 euro und die könnt ihr jetzt noch mal bekommen ja also keine extras so nackt wie mein kleiner sohn man geboren worden ist das heißt mit allem was dabei ist bekommt ihr direkt die freundschaft und das eben nicht zur gegenwärtigen aufnahmegebühr von 354 euro sondern für 297 euro natürlich nur für ein paar tage bis samstag und wir freuen uns hier weiterhin an unserem kleinen sohnemann der inzwischen gerade dabei ist wieder einzuschlafen also ich freue mich von euch zu hören macht's gut und vielleicht bis bald im mitgliederbereich der reiki freundschaft